Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute nur einer klitzekleinen Ankündigung, wie ihr es schon im Titel sehen könnt. Es steht ja die Buchmesse kurz bevor und auch ich werde in Leipzig sein. Und ich dachte für alle, die von euch auch mit dabei sein werden, dass ihr das einfach wisst, dass ihr auch einfach Hallo sagt, wenn ihr mich denn seht. Weil es ist natürlich für uns YouTuber immer ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, wir kommunizieren hier mit euch Zuschauern. Ihr habt natürlich ein Gesicht, ihr habt die Mimik, ihr wisst auf jeden Fall viel besser, wie wir aussehen als umgekehrt. Und von daher möchte ich allen sagen, die mich irgendwie irgendwo sehen, scheut euch nicht und sagt Hallo. Und vielleicht sieht man sich ja auch bei der ein oder anderen Veranstaltung. Ich werde da sein, voraussichtlich von Freitag bis Sonntag. Ich werde wahrscheinlich schon Donnerstag anreisen, aber dann Freitag bis Sonntag auf der Messe sein. Es steht noch nicht ganz fest, ob wir wirklich immer die vollen Tage da sein werden. Gerade Samstags ist es ja doch immer sehr, sehr voll. Vielleicht verschwinden wir da auch ein bisschen am frühen Nachmittag. Aber das kommt so ein bisschen auf die Termine an, welche wir wahrnehmen wollen. Und ja, ich habe doch ein bisschen was auf der Liste. Und ja, Freitag zum Beispiel gibt es ein japanisches Konzert um 12.30 Uhr, was mich sehr anspricht, sehr neugierig macht. Da versuche ich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Die liebe Adriana Popesko wird in Leipzig sein. Das hat sie ja auch beim Hangout schon erzählt. Zum Beispiel am Freitag um 13.30 Uhr. Da ist, glaube ich, die Lesung. Und am Samstag gegen 12 Uhr ist dann, glaube ich, auch ein Gespräch oder die Signierstunde. Also Adriana wird zum Beispiel an beiden Tagen da sein. Und da möchte ich auf jeden Fall Minimum einmal vorbeischauen und freue mich da schon sehr, Adriana dann live und in Farbe mal wieder zu sehen, ein bisschen zu quatschen. Ich werde auch zwei, drei Bücher zur Signatur mitnehmen. Und ich glaube, dass das wirklich cool wird. Auch Mira Valentin, bin ich ja auch ein großer Fan von ihr. Auch letztes Jahr die Lesung mit den Weltenbauern war richtig, richtig toll. Und auch Mira Valentin wird an, glaube ich, allen Tagen da sein. Und ich habe mir hier den Samstag tatsächlich 15.30 Uhr notiert, wo ich eben noch nicht weiß, ob wir wirklich noch da sein werden. Denn da gibt es eine Lesung mit Robert Frank. Und Robert Frank gehört ja zu den Top 5 Hörbuchsprechern. Und ich möchte ihn endlich einmal live sehen und live hören. Und ich glaube, das könnte die große Motivation sein, um einfach vielleicht doch am Samstag ein bisschen länger auf der Messe zu sein. Also vielleicht verschwinden wir dann auch erst da danach. Und dann wird auch Julie Kaplan da sein. Soweit ich jetzt gesehen habe, nur am Freitag. Das ist ja zum Beispiel die Autorin von den Romantic Escapes-Büchern, die ich ja bis auf ein, zwei Ausnahmen wirklich alle sehr liebe, sehr gerne höre. Ich glaube aber, sie hat nur eine Signierstunde. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mich da groß anstelle, ob ich ein Buch mitnehme von ihr. Aber ja, auf jeden Fall wäre schon cool, sie auch mal so live zu sehen. Und ja, da einfach vielleicht mal, wenn es vielleicht irgendwie eine Lesung mit der Signierstunde wäre oder ein Gespräch, da einfach mal so ein bisschen ihre Motivation zu hören, wie sie so auf die Idee kamen und so weiter. Also das so ein bisschen meine Highlights. Markus Heitz wird da sein, habe ich mir unter anderem auch notiert. Auf Kira Kroh wird da sein. Und ich habe auch noch zwei, drei andere Dinge mir aufgeschrieben. Sebastian Fitzek ist überraschenderweise nicht da. Ich vermute mal, dass der so mit seiner Deutschland-Tour beschäftigt ist, dass er die Messe jetzt einfach auslässt. Aber den habe ich ja schon die letzten zwei, drei Jahre gar nicht mehr so gesehen. Ich freue mich auf zum Beispiel die Bücherbüchse vor Ort. Das war letztes Jahr ja wirklich wahnsinnig viel an Menschen, an Dingen, die es dort zu kaufen gab und mitzunehmen gab. Tolle Bücher, auch so exklusive Dinge. Da freue ich mich auf jeden Fall auch mal vorbeizugehen. Und ja, auf alles, was so ein bisschen kommen wird. Also ja, ich bin jetzt ja nicht die große Signaturjägerin. Ich freue mich natürlich über Bücher, die eine Signatur haben, eine Widmung haben. Aber ja, von daher mal sehen, wer einem da so noch ein bisschen über den Weg läuft. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Gerade was Signaturen angeht, ich habe mir so Heftetiketten gekauft, also die man früher so auf die Hefte geklebt hat oder die man auf Gläser kleben kann oder Verpackungen. Und da werde ich ein paar mitführen. Sollte ich doch von jemandem eine Signatur haben wollen, dann könnte der diejenige auch einfach darauf unterschreiben. Man könnte es sich dann ins Buch einkleben. Ja, das plane ich zum Beispiel bei Adriana, weil von der hätte ich tatsächlich bestimmt gut mehr als eine Handvoll Bücher, die ich cool fände, wenn sie signiert werden. Aber ich glaube, ich nehme so prophylaktisch drei Bücher mal mit und sage es so, mit dem Pseudonym bitte hier unterschreiben und dem Pseudonym hätte ich dann gern noch da was. Und ja, so wird es wahrscheinlich gobbeln und laufen. Aber das vielleicht als kleiner Tipp. Ja, ansonsten vielleicht noch als Tipps auf jeden Fall bequeme Schuhe. Also wirklich so bequem wie möglich, so luftig wie möglich. Er zieht euch auch nicht zu warm an. Also habt wirklich eher irgendwie, ja irgendwie einen Hoodie, einen Pulli, eine Strickjacke drüber. Es ist wirklich in den Hallen relativ warm. Das muss man ganz klar sagen. Also das, ja, und wirklich auch viel zu trinken. Also nehmt euch eine Flasche Wasser mit. Ihr könnt das Wasser auch ganz unbedenklich dann, wenn ihr wollt, zum Beispiel aus der Leitung trinken. Also Leipziger Leitungswasser ist da absolut fein. Und nehmt euch da wirklich genug Getränke mit. Und ja, ansonsten vielleicht eine kleine Brotzeit, irgendwie mal noch einen Riegel. Also bequeme Schuhe trinken und wirklich von der Kleidung her versucht da so ein bisschen luftig leicht und übertreibt es nicht. Setzt euch auch mal hin, genießt eine Lesung. Und beobachtet einfach mal die Leute. Das mache ich zum Beispiel auch mal ganz gerne, um einfach mal Luft zu holen und sich umzuschauen. Das ist natürlich in Leipzig nicht gar nicht so aufregend, sage ich mal, wie in Frankfurt. Da war ich mit den Menschenmassen sehr überfordert. Das ging in Leipzig immer noch. Aber ich bin dann froh, die Woche drauf ein bisschen Urlaub zu haben. Muss ich auch ehrlich gestehen. Ja, weil danach braucht man dann definitiv ein wenig Zeit. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es gar nicht so groß viel mehr zu erzählen. Außer wirklich das Angebot. Wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an. Lasst uns ins Gespräch, in den Austausch kommen. Ich freue mich natürlich auch auf einige Booktube-Kollegen, die da sein werden. Es ist noch nicht geplant, ob es irgendwie ein Zuschauer-Booktuber-Treffen irgendwie gibt. Ich glaube, es steht jetzt irgendwie der Freitagnachmittag im Raum. Sollte ich da irgendwie was wissen, folgt mir gerne auf Instagram. Also guckt da gerne mal vorbei. Ist in der Infobox verlinkt. Und wenn, dann gibt es da die Informationen. Und ja, also guckt da gerne mal vorbei. Vielleicht auch bei den Kollegen, Kolleginnen, wo ihr wisst, die sind auch auf der Messe. Ich glaube, irgendeiner, irgendwie wird dann die Kommunikation schon durchgehen. Und ja, ich glaube, lang genug gequatscht. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, ob ihr auch da sein werdet. Ob ihr vielleicht schon Termine im Kalender drin habt und sagt, das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir da vielleicht schon vorher ein bisschen in den Austausch kommen. Oder dann spätestens natürlich vor Ort. Und ja, es ist mal wieder Messezeit. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich natürlich dann auch euch zu treffen, für alle die, die vor Ort sein werden. Und ob es einen Vlog geben wird, werden wir mal gucken. Wie musig ich da so unterwegs sein werde. Aber wahrscheinlich irgendwie was Kleines wird es bestimmt geben. Also lasst, freut euch da dann vielleicht auf Anfang April, wenn ich dann zum Schneiden irgendwie gekommen bin. Und ja, vielleicht wird da doch ein bisschen was Kleines Schönes draus. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Zeit auf der Messe, wenn ihr denn da seid. Und lasst es euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.